Schwarze Löcher, Quarks-Quantenmechanik. Und wie war das doch gleich nochmal mit dem Universum und dem Urknall? Ganz einfach. Am Anfang, vor fast 14 Milliarden Jahren, nahmen der gesamte Raum, die gesamte Materie und die gesamte Energie des bekannten Universums weniger als ein Billionstel der Größe des Punkts ein, der am Ende dieses Satzes steht. Es herrschte eine solche Hitze, dass die Grundkräfte der Natur, die in ihrer Gesamtheit das Universum beschreiben, zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen waren. Zwar wissen wir noch nicht genau, wie dieser unvorstellbar winzige Kosmos entstanden ist, aber es gab einen Ausgangspunkt. Das Universum entwickelt sich kontinuierlich weiter. Und ja, jedes einzelne Atom unseres Körpers lässt sich auf den Urknall, den Big Bang, zurückführen und auf die thermonuklearen Schmelzöfen innerhalb massereicher Sterne, die vor über 5 Milliarden Jahren explodierten. Wir sind lebendig gewordener Sternenstaub und wurden vom Kosmos mit der Fähigkeit ausgestattet, uns selbst und das Universum zu ergründen. Was wir dabei entdeckt haben, sind physikalische Gesetze, mit deren Kenntnis man im Alltag übrigens ganz gut punkten kann. Zum Beispiel, wenn mal wieder jemand versucht, einen für dumm zu verkaufen. Klacksahne 1 zu 0 für die Physik 1 7 6 Untertitelung des ZDF, 2020